Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, der zu mir meinte, ich habe mich eigentlich mein Leben lang schon mit diesen Erektionsproblemen so mehr oder weniger abgefunden. Ich habe da am Anfang versucht, ein bisschen was zu machen, es hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwann habe ich gesagt, naja gut, dann ist es jetzt halt so. Ich kann es nicht ändern, ich finde mich jetzt damit ab, ich schmeiße mir jetzt stattdessen irgendwie Pillen ein, damit geht es irgendwie so halbwegs, aber ich sehe einfach für den Moment ein, dass dieses Problem ich scheinbar einfach habe und es lässt sich nicht lösen. Und vielleicht bist du auch ein Mann, der mittlerweile an diesem Punkt ist, wo er sich mehr oder weniger mit der Problematik abgefunden hat. Und dieses Video hier ist dafür da, diese innere Haltung, die du momentan hast, mit dir nochmal anzuschauen und nochmal zu überdenken. Denn eine Sache will ich dir unbedingt mitgeben, jetzt auch schon direkt vorne in diesem Video. Und zwar, eine gesunde, entspannte Sexualität ist für jeden Mann im Angebot. Mehr noch, eine gesunde, entspannte Sexualität mit einer Erektion, mit einer vernünftigen Ausdauer ist sogar dein natürlicher Grundzustand. Es ist ganz natürlich, es ist das Natürlichste auf der Welt, dass du eine Erektion aufbauen kannst. Ich sage immer zu meinen Coaching-Klienten und viele finden das lustig, ich sage es trotzdem, weil es stimmt, Sex ist wie Kacken. Es ist natürlich in uns eingebaut. Es braucht nicht viel komplexen Aufwand des Verstandes oder des Körpers, damit es funktioniert. Sex ist wie Kacken. Wenn du so Sex haben würdest, wie du aufs Klo gehst, hättest du keine Probleme. Was meine ich damit? Wenn du einfach gedankenlos einfach machen würdest, ohne den Kopf aufzublasen mit 1000 Gedanken, dann würde das wunderbar funktionieren mit der Erektion auch beim Sex. Genauso wie Stuhlgang für dich wunderbar funktioniert. Es ist eingebaut. Es ist ein biologischer und ein psychischer Standardmechanismus. Es gibt keinen größeren Standardmechanismus als eine Erektion aufbauen. Es ist elementar für uns Menschen. Es ist für die Fortpflanzung verantwortlich. Die Natur hat gesagt, das muss bei Männern einfach laufen. Es ist ein natürlicher Grundzustand von dir, dass du eine gute Erektion beim Sex aufbauen kannst. Das Problem ist, du stehst dir möglicherweise schon seit Jahren oder schon seit einiger Zeit selbst im Weg. Du kreierst dir dein Problem selbst. Und du bist so tief drin mittlerweile, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und deswegen hast du aufgegeben. Ein Muster zum Beispiel, das ich bei wahnsinnig vielen Männern beobachte, ist, die haben irgendwann mal an ihrem Punkt, irgendwann mal an einem gewissen Punkt ihres Lebens, haben sie Schwierigkeiten mit ihrer Erektion. Und das ist normal, dass es ab und zu hier und da mal nicht so gut funktioniert. Das ist normal, weil wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und auch der menschliche Organismus, der verläuft durch Wellen. Und manchmal läuft es besser, manchmal läuft es weniger gut. Daran ist nichts verkehrt. Aber du hast in diesem Moment, oder was viele Männer machen, ist Schlussfolgerungen in diesem Moment, die falschen Schlussfolgerungen. Und zwar, oh, meine Erektion hat nicht richtig mitgespielt. Das ist für mich super problematisch. Das habe ich als wahnsinnig problematisch empfunden. Und ich habe mir dadurch auch wahnsinnig viel Leid kreiert. Und ich habe an mich die Erwartung, dass ich beim Sex eine Erektion brauche. Und dementsprechend, was mache ich jetzt beim nächsten Mal? Also ich, was mache ich? Ich versuche mich beim nächsten Mal innerlich anzustrengen, damit es mit der Erektion wieder funktioniert. Ich versuche mich körperlich anzustrengen. Das sehen wir bei ganz vielen Männern. Die spannen dann noch mehr ihren Körper an, noch mehr ihre Beckenbodenmuskulatur an, um die Erektion aufzubauen, beziehungsweise aufrecht zu erhalten. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass wahnsinnig viel mentale Anstrengung passiert. Da geht es dann darum, Gedanken wegzudrücken, versuchen entspannt zu bleiben, versuchen erregt zu bleiben, versuchen sich positive Gedanken zu machen. Da findet eine wahnsinnige mentale Anstrengung statt. Und das Ganze ist aber ein kompletter Holzweg von vorne bis hinten. Weil für deine Erektion braucht es keine Anstrengung. Deine Erektion ist etwas Natürliches. Aber du strengst dich auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene an. Und damit stehst du dir einfach nur selber im Weg. Und du bist mittlerweile so tief drin, weil du so viele negative Referenzerfahrungen gesammelt hast über die Jahre, dass du jetzt keinen anderen Ausweg mehr kennst. Und im Zuge dessen fühlt es sich halt dann für dich so an, als ob es keine Lösung gibt für dein Problem. Und dann findest du dich damit ab. Und wie gesagt, manche Männer greifen dann zu Pillen. Für manche Männer funktioniert es so halbwegs. Aber ich habe auch noch keinen Mann getroffen, der sagt, ja, fantastisch, yay, alles ist wieder gut. Meistens ist es immer so ein eher schlecht als recht, aber besser als nix. Und manche Männer weichen Sexualität grundsätzlich aus. Das findet dann in der Partnerschaft immer weniger statt. Oder sie trauen sich gar nicht erst in eine Partnerschaft reinzugehen. Oder es ist einfach, es ist einfach Brachland. Es ist einfach, die Partnerschaft leidet einfach unter diesen Erektionsproblemen des Mannes. Und meine Aufgabe heute, die ich mir gesetzt habe für dieses Video, ist einfach, dich wach zu rütteln. Zu sagen, hey, du bist in der Lage dazu, ganz natürlich eine Erektion aufzubauen. Du musst dich nicht damit abfinden. Wir haben schon so viele Männer bei uns im Coaching gehabt. Zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres, da war ein Mann bei uns im Coaching. Er hatte lebenslange Erektionsprobleme. Der kam zu uns, der hat gesagt, ich hatte mein erstes Mal mit 17, da war es schon schwierig. Und ab da, er war dann roundabout Mitte 40, ab da habe ich dieses Problem mein Leben lang mit mir rumgetragen. Ich war natürlich beim Urologen vor vielen, vielen Jahren schon. Und ich habe schon zwei Psychotherapien gemacht. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht, über zwei Jahre hinweg. Und das hat mir alles nichts gebracht. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, dann ist es jetzt halt so, dann gebe ich halt auf. Und der Mann kam aber zu uns ins Coaching, als sozusagen mehr oder weniger letzte Hoffnung, die er irgendwie dann doch nochmal geschöpft hat. Und innerhalb von vier Monaten war der Mann wieder entspannt in der Lage, seine Erektion einfach aufzubauen und auch aufrecht zu erhalten beim Sex. Ganz natürlich, weil er in den Sex reingegangen ist und da kein Krampf mehr war. Da war Entspannung, da war Vorfreude, da war Leidenschaft, da waren keine Erwartungshaltungen an sich selbst. Er war einfach am Ende des Coaching-Prozesses ein entspannter, in sich ruhender Mann, der sich nichts beweisen musste, der in den Sex reingehen konnte, vollkommen ergebnisoffen. Und in dem Moment hat es wieder wunderbar funktioniert. Wir haben seine mentalen Blockaden, seine limitierenden Glaubenssätze aufgelöst. Und das ist für dich natürlich auch möglich. Denn das Einzige, mach dir das abschließend in diesem Video bewusst, das Einzige, was dich zurückhält, ist Gedanke, der bei dir passiert. Das sind, deine mentalen Blockaden bestehen aus Gedanke. Das ist nichts Greifbares. Das ist kein Stein, den man jetzt mühsam abmeißeln muss. Gedanke ist formbar. Gedanke ist veränderbar. Und genau aus dem Grund ist es auch absolut realistisch, psychisch bedingte Erektionsprobleme aufzulösen. Anders sieht es natürlich dann aus, wenn deine Erektionsprobleme körperlich bedingt sind. Dazu gehen Männer zum Urologen und lassen sich einmal durchtesten. Und manchmal sagt der Urologe, ja, wir haben hier einen körperlichen Defekt, den müssen wir körperlich ärztlich behandeln. Dann ist es natürlich was anderes. Aber erfahrungsgemäß ist es in 95% der Fälle so, dass Männer zum Urologen gehen, sich durchchecken lassen. Der Urologe sagt, hey, hören Sie her, mein Lieber, körperlich ist bei Ihnen alles wunderbar. Sie haben Kopfprobleme. Und dann verschreibt er meistens die Pille. Und damit hat es sich dann meistens gegessen. Aber das muss nicht das Ende der Fadenstange sein. Wenn du jetzt, wo du frischen Mut vielleicht geschöpft hast, wissen willst, wie du das Thema angehen kannst, dann schau dir ein Video von mir an, wo ich eine ganzheitliche Anleitung dafür gebe, wie man diese Erektionsprobleme auflöst. Und den Link dazu packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein oder du findest es auch hier in diesem Video. Und dann sehen wir uns gleich. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis bald. Danke für deine Aufmerksamkeit.